Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu The First Descendant. Ich habe gestern die Platin frei gespielt und was ich immer bei einem Spiel mache, was ich exzessiv spiele und die Platin frei spiele, ist euch ein wenig Tipps und Tricks an die Hand geben, damit ihr die Platin auch bekommen könnt. Ich muss direkt vorab sagen, The First Descendant ist ein unfassbar einfaches Game, was die Platin angeht. Ich habe bis auf zwei Trophäen eigentlich alle Trophäen einfach so im Spieldurchlauf bekommen und es gibt eigentlich nur zwei, drei Trophäen, die ein wenig Knowledge benötigen. Und ihr seht schon, es sind eigentlich nur zwei Trophäen, die sehr selten sind. Alle anderen sind relativ eindeutig erklärt und relativ einfach und kriegt man im normalen Spieldurchlauf hier die Modulkapazität eines Nachfahren erhöhen, zwei Kolossteile entfernen, das kriegt man auch hin, den Reaktor verbessern, das geht an der Bergbank, zehn leeren Abfangeinsätze abschließen, kriegt man auch hin, fünf Nachbarn besitzen, siebenmal Module kombinieren, da habe ich ein Video zu gemacht und eigentlich sind es nur diese beiden Trophäen, über die wir reden müssen. Da würde ich als erstes sagen, erweitere die Modulkapazität einer Waffe, die Spezialmunition verwendet. Das ist glaube ich eine Trophäe, die nicht sonderlich schwer ist, aber die man vielleicht im normalen Spieldurchlauf nicht unbedingt bekommt. Was ihr machen könnt, ist hier in die Waffenliste gehen und mal schauen, welche Spezialmunition Waffen ihr so habt und dort müsst ihr dann eine auswählen. Ich würde euch natürlich vorschlagen, nehmt eine Ultimate Waffe dafür, weil ein Energieaktivator sehr, sehr selten ist. Das heißt entweder Lanze der Königswache, Geheimergarten oder Hellsicht. Ich habe in meinem Fall hier die Hellsicht benutzt, weil ich das Strahlengewehr ganz cool finde und was ihr dann noch braucht, ist ein Energieaktivator. Der ist auch relativ selten, den bekommt ihr nur zweimal im Spieldurchlauf. Ansonsten müsst ihr euch den entweder für 25 Euro kaufen oder halt hier in der Forschung mit einem Energieaktivator Bauplan und anderen Teilen erstellen und den dann auf eine Spezialmunition Waffe drauf machen. Für all die nicht wissen, wie das geht, dafür geht ihr hier auf die Module, Modul Zusatzeinstellungen und dann maximale Kapazität steigern und das bei einer Spezialmunition Waffe. Die zweite Trophäe, die ist schon ein wenig mehr tricky, weil da geistern auch ganz viele Theorien im Internet herum, weil das auch nicht so ganz eindeutig erklärt wird. Da gab es Theorien wie, man muss alle Modulsockel in einer Sitzung hinzufügen, ohne einmal offline zu gehen. Man muss das alles innerhalb eines Tages machen, so ganz wilde Theorien, aber nein, es ist eigentlich ganz einfach. Ihr müsst einfach ganz viele Modulsockel hinzufügen. Und das am besten oder ausschließlich auf Nachfahren. Ich habe hier aktuell, ganz am Anfang habe ich auf Glay 5 Stück drauf gehauen. Dann habe ich nochmal 6 Stück auf Bunny gemacht und dann nochmal 7 Stück auf Ultimate Glay und dann ist bei mir die Trophäe aufgeploppt. Zusätzlich natürlich auf verschiedensten Waffen, aber es zählen nur die Modulzusatzeinsätze auf dem Nachfahren, nicht auf der Waffe. Bedeutet, wenn ihr jetzt 10 Mal auf die Waffe die Fähigkeit, den Katalysator benutzt und die Sockeltypen hier reinpackt, dann zählt das wohl nicht, sondern nur die Sockeltypen auf dem Nachfahren. Das bedeutet, ihr müsst euren Nachfahren 10 Mal auf Level 40 bringen. Das können auch unterschiedliche sein. Und dann funktioniert das. Am besten nehmt ihr euch ein Nachfahren und macht dort 10 Stück auf einmal drauf, weil ich denke, es zählen auch die, die sowieso schon auf dem Nachfahren drauf sind. Dann spart ihr euch 8. Aber ja, da geistern ganz viele Theorien rum im Internet, was sicher ist, es zählen nur die auf dem Nachfahren und ihr müsst ganz viele Sockeltypen hier draufpacken, um diese Trophäe zu bekommen. Insgesamt ist das endlich mal eine Trophäe, eine Platin-Trophäe, die ich richtig, richtig cool finde, weil, wie schon gesagt, man fast alle Trophäen im normalen Spieldurchlauf bekommt, ohne irgendwie am Ende nochmal farmen gehen zu müssen. Das hatte ich in vielen Spielen oft bemängelt, dass man so hirnrissige Trophäen hat, die man überhaupt gar nicht, die spielerisch überhaupt gar keinen Sinn machen, sondern die einfach nur sind, farme 10 Stunden lang Item X und bekomme dann Trophäe Y, ohne dass das irgendeinen Mehrwert für Spielen hat. Und diese Trophäe hier, muss ich sagen, ist wirklich sehr, sehr schön. Die kriegt man komplett im Spieldurchlauf. Und jede Trophäe fühlt sich auch an, als würde es euch in eurem Spiel weiterhelfen und euch auch so einen kleinen Zusatz an Informationen geben. Ist für mich eine sehr, sehr gute und gelungene Platin. Könnt ihr auf jeden Fall nachmachen. Schreibt mal gerne in die Kommentare, wer von euch hat die Platin schon in The First Descendant oder ist gerade dabei, die Platin zu machen. Wahrscheinlich die allermeisten, die das Video hier anklicken, interessiert natürlich, wie sie die Platin bekommen. Und ich bin ein absoluter Fan von The First Descendant. Ich glaube, das sieht man auch anhand der letzten Videos, die ich so gemacht habe und anhand meiner Spielzeit. Ich bin aktuell bei 240 Stunden. Und ja, ihr braucht keine 240 Stunden für die Platin, um Gottes Willen. Wenn ihr darauf richtig grindet, kriegt ihr das easy peasy in 50 Stunden hin. Ja, ich habe das, wie gesagt, nicht drauf geachtet und habe das dann quasi per Zufall eigentlich bekommen. Wenn ihr in Zukunft nichts zu The First Descendant verpassen wollt, es ist ja am 1.8. soweit, dass wir das Update bekommen mit Lunar und Ultimate Wild und einigen anderen Sachen. Wenn ihr das verpasst habt, auf jeden Fall nochmal mein anderes Video abchecken, wo ich euch alles erkläre zum Update. Ja, wenn ihr das nicht verpassen wollt, auf jeden Fall ein Follow da lassen, würde ich mich sehr freuen. Ein Like auf dem Video und ich sage bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein. Bis zum nächsten Mal.